Wie schlagen sich die neuen Wolfgangs Messer im Test? Müssen sie sich vor ihrem großen Bruder, dem Ambulo, verstecken? Oder können die weniger als nur halb so teuren Modelle heute punkten? Und vor allem, für wen eignen sich die Messer? Das klären wir jetzt in unserem Test. Viel Spaß! Die sind halt eher so für wuchtigere Sachen. Die anderen sind eher so in der Mitte ausbalanciert. Ja, in der Mitte aus, eher genau. Ich glaube, das ist eine richtige Todbinde für Kling. Und dann, willkommen bei BDVenture. Wir sind es wieder, Basti und Diana. Heute wieder für euch am Start. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch. Dabei, und zwar zwei Messer aus dem neuen Wolfgangs Baukasten. Und zwei günstige Alternativen zum Ambulo. Und zwar das W-Flat und das W-Skandi. Wir haben die Messer vorab schon mal von Wolfgangs zur Verfügung bekommen. Aber ihr wisst ja, wir haben es auch schon tausendmal erwähnt. Auch wenn wir die Messer zur Verfügung gestellt bekommen, werden wir euch immer unsere ehrliche Meinung zu den Messern sagen. Wenn irgendwas schlecht ist, werden wir euch das auf jeden Fall immer mitteilen. Ich kann es kaum abwarten, die Messer in Aktion zu sehen. Also, Handschuhe an und los geht's. Auf geht's. Ja, bevor wir die Messer jetzt gleich mal im praktischen Einsatz testen, habe ich jetzt hier mal alle vier Messer und die ganz neuen taktischen Scheiden nebeneinander gelegt. Ja, hier haben wir das W-Skandi, das W-Flat haben wir hier und diese beiden Messer aus dem W-Baukasten. Erstmal kurz zur Scheide selber, zum Holster. Ja, robustes Kunststoffmaterial haben wir hier. Rundherum haben wir hier so eine Lochbohrungen, da kann man sich quasi, ja, vielleicht Paracord oder irgendwas dran befestigen und so weiter. Die Messer selber sitzen auch so an sich recht fest drin, wenn man jetzt hier mal guckt, da rutscht überhaupt nichts raus, die sitzen gut fest drin. Einfach nochmal, um ganz sicher zu gehen, ist jetzt hier noch so ein Druckknopf mit bei, dann ist das halt sowieso bombenfest, da passiert einfach rein gar nichts. Ja, was haben wir noch schönes, hier ist noch eine Gürtelschlaufe, sieht jetzt so an sich für mich ein bisschen kurz aus, aber das testen wir dann gleich, wenn wir das mal an den Gürtel ranhängen. So, würde ich sagen, kommen wir erstmal kurz allgemein zu den vier Messern, fangen wir mal an mit dem W-Flat. Der Name sagt schon, wir haben hier einen modernen Flachschliff, ah ja, jetzt haben wir es scharf gestellt, super. Ja, ja, Klingfarbe in Stonewash mit schwarzem Griff, Messerrücken ist bei dem Modell komplett gerade. Ja, schöne Kombination, würde ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ja, dann haben wir hier noch das W-Scandi in der Farbe Stonewash, mit einem olivgrünen TPE-Griff, die Klinge ist richtig schön wuchtig, kennt man auch schon vom Ambulo. Zum Griff selbst nochmal ganz kurz, die Modelle haben hier so einen Strukturgriff, damit habt ihr die Messer auch nochmal sicherer in der Hand. Was uns auch noch aufgefallen ist, das Material ist deutlich fester geworden. Ja, wenn man das auch von den älteren Modellen kennt, da waren die Griffe ein bisschen weicher, es muss irgendwie ein anderer Kunststoff gewesen sein. Haben sie auf jeden Fall nachgebessert, das merkt man auch, das wirkt alles ein bisschen solider. Ja, so allgemein würde ich sagen, es ist eine richtig schöne Farbkombination mit dem olivgrünen Griff hier, Stonewash-Klinge, sieht echt hübsch aus. Hier daneben haben wir jetzt noch zwei Varianten aus dem W-Baukasten. Ja, der ist jetzt ganz neu bei Wolfgangs dazugekommen. Wenn ihr Wolfgangs Messer kennt, dann kennt ihr die Klingform. Ja, der Baukasten an sich, der ist auch selbsterklärend, würde ich mal sagen. Da könnt ihr einfach mal selbst reinschauen und euch die Messer mal so zusammenstellen, wie es euch selbst am besten gefallen würde. Den Link dazu zum Baukasten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Diana, mich würde jetzt mal interessieren, welchen Messer wird starten? Mit dem Scandi oder was? Ja, Scandi war wieder klar, gefällt dir doch am besten, ne? Natürlich. Ja, mich würde mal interessieren, wie sich das damit hacken lässt, ne? Ja, die ist ja schon doch kopflastig, würde ich sagen, die Klinge. Ja. Im Vergleich mit der anderen ist die deutlich kopflastiger als die anderen. Die anderen sind eher so in der Mitte ausbalanciert. Ja, mittig ausbalanciert, genau. Wenn man das hier so nimmt, dann merkt man schon, dass das eher so, das Messer möchte eher so nach vorne vom Gewicht. Ja. Und die anderen sind eher so mittig ausbalanciert. So, Maße, Gewicht und so weiter, seht ihr jetzt alles hier nochmal eingeblendet, wenn euch die ganzen theoretischen Sachen interessieren. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt wollen wir erstmal sehen, was die Messer können und starten einfach mal in den praktischen Teil. Auf geht's. Basti, du bist dran, du darfst dich beim Holzhacken raustoben. Bin ich dran? Basti. Ja? Du darfst dich jetzt beim Holzhacken raustoben. Bin ich dran? Ja. Juhu. So, endlich geht's ans Hacken, Freunde. Ja, was macht man denn beim gemütlichen Overnighter im Wald oder am See? Vielleicht auch ein bisschen Holz zurecht, dass man sich ein bisschen was hackt oder betont, um Brennholz zu haben. Ist ja nicht auch genauso möglich, einfach ein Ast zwischen zwei Bäumen zu zerkleinen oder so. Oder sich ein Beil mitzunehmen. Oder sich ein Beil mitzunehmen. Ne, wir wollen ja gucken, einfach, wie machen sich die Messer, wenn man die ein bisschen malträtiert, sag ich mal. So, ich fange jetzt an mit dem orangenen Messer aus dem Baukasten und hack jetzt einfach mal wie so ein Weltmeister drauf los und gucke dabei einfach mal, wie sich das Messer macht. Ja, ich würde sagen, das brauchst du nicht verstecken und gucken, wie sich das Flett anstellt. An der anderen Stelle, sagst du? Dann machen wir das an der anderen Stelle. Ja, da ich weiß, dass die Klinge auf jeden Fall ein bisschen schmaler ist, hat man eher so eine Feinschnitte. Ist halt nicht so für so eine wuchtigen Sachen gedacht jetzt. Aber ich muss sagen, die aus dem Baukasten hat sich ein bisschen besser gemacht. Mit der Flettklinge hat man eher so das Gefühl, dass sie so eine saubere Schnitte ersetzt, weil die Klinge halt auch ein bisschen dünner ist. So, einmal die Scandi-Klinge, selbe Stelle oder andere Stelle? Andere Stelle! Freunde, jetzt darf ich endlich die Scandi-Klinge ein bisschen hier austesten. Seht ihr das an. Voll! Die Hackt, guck dir das mal an, da kann ich den ganzen Ast mit durchhacken. Okay, das macht schon die Glauung. Einfach drauf loshacken. Ja, haben wir alle durch. Baukasten haben wir getestet, das eine. Das andere wird jetzt genauso sein, denke ich mal, oder? So eine beiste, selben Kling. Gut, Holzhack-Test haben wir. So, Basti, wenn du jetzt eh schon dabei bist, kannst du ja gleich mal ein paar Heringe schnitzen. Ein paar Heringe schnitzen, ja wunderbar. Oder einen. Einen. Gut, als erstes nehmen wir wieder das Baukasten-Modell, das Orangene. Obwohl, das Orangene hatten wir eben schon beim Hacken. Jetzt nehmen wir einfach mal das in Olivgrün. Ich hacke jetzt hier einfach mal ein Stück kurz durch. Und ich glaube, das wird, guck dir das an, ist ja komplett morsches Holz. Das kriegen wir, glaube ich, nicht geschnitzt. Hab ich dir morsches Holz gegeben? Jan hat mir morsches Holz gegeben. Warte, du schnell was anderes. Achtung. Jawohl, es sieht doch schon mal besser aus jetzt. Gut. Ja, wie gesagt, das Baukasten-Modell in Olivgrün. Mal schauen, was wir hier schönes mit hier schnitzen kriegen. Schön hinten ansetzen, dass wir auch schön wieder Kraft aufwenden können hier. Fühlt sich gewohnt gut an, muss ich sagen. Jetzt nehme ich einfach noch mal, was hab ich denn hier schönes, so. Ja, das Flat-Modell. Gucken, ob wir damit auch schnitzen können. Ja. Das gefällt mir besser beim Schnitzen sogar. Welches? Die Flat-Variante. Ja, weil die Klinge ein bisschen dünner ist, ne? Ja, die wirkt, dadurch, dass die dünner ist, so ein bisschen filigraner. Und ich hab das Gefühl, du kannst damit so, ja, so feiner schnitzen halt. Ne, ich setze die Einkermung jetzt einfach mal hier hin. Ich komm mal zu euch ran, dass ihr auch was seht. Ja, Kerbenschnitzen, gar kein Thema. Also für so eine Feinarbeiten ist die Flat echt gut. Die Flat-Klinge, muss ich sagen. Ein Modell aus dem Baukasten. Ja, so Kerbenschnitzen und so fand ich jetzt eben mit dem Flat irgendwie geiler. Jetzt hab ich ja den direkten Vergleich. Ja, das sieht auch nicht so schön aus. Das sieht nicht so schön aus wie eben, ne? Und ich mach ja irgendwie was anderes. Das ist halt hier auch möglich, halt, Kerben mitzuschnitzen, ne? Eine Sache haben wir jetzt ausgelassen, das Scandi. Ey, ohne Spaß, diese Klinge, die will einfach direkt komplett durchs ganze Holz durch. Die will gar nicht irgendwelche Anstalten machen, die will direkt durch. Das Scandi hat immer schon zu oft gelobt. Na, ich muss sagen, gut. Scandi und die Flat, ne? Scandi und Flat gefallen mir am besten bei der Aktion jetzt hier. Du hast richtig förmisch dieses Gefühl, dass sich die Klinge da richtig reinbeißt. Kannst quasi so eine feinen einzelnen Schuppen da reinschneiden. Jetzt will ich trotzdem mit der nochmal so ein bisschen anspitzen. Die beißt sich direkt da durch. Was ist denn da los? Da darf ich gar nicht so viel Kraft aufwenden, weil die direkt durch will. Sehr schöner Hering, Basti. Sehr schön. Das ist der schönste Hering der Welt wahrscheinlich. Ja, ich glaube, man sieht es, dass die Scandi-Variante, die wir ja förmlich... Ja, das schnitzen funktioniert eigentlich. Ja. Bei dem Flat, bei der Flat-Klinge, wie gesagt, für filigrane Arbeiten, wenn man da irgendwie, ja, vielleicht mal irgendwas Schönes, was Feines schnitzen möchte, wo man wirklich auf achten muss, dass man nicht zu viel Material wegnimmt, ist die Flat-Klinge wahrscheinlich die beste. Ne, wenn man aber irgendwas schnitzen möchte, so wie jetzt einen massiven Hering oder so, würde ich sagen, dass die Scandi-Klinge am besten ist. Einfach, weil du damit innerhalb von kurzer Zeit ziemlich viel Material auf einmal wegnehmen kannst. Muss aber auch sagen, die Modelle vom Baukasten jetzt, die stehen sich auch in nichts nach. Also, die kann man genauso gut nehmen. Mir persönlich gefällt dir am besten. So, Basti, und weil du jetzt gerade so schön in Fahrt bist, kannst du dir ja mal ein bisschen Paracord nehmen und einen Schnitttest mit Paracord machen. Machen wir doch. So, weil wir jetzt schon beim Scandi sind und weil ich das auch schon so gelobt habe jetzt die ganze Zeit, fangen wir damit auch jetzt direkt an. Ja, es wird gleich vier Stränge oder fünf Stränge. Vier oder fünf? Ja. Ja, gut. Ich fang mal hier an. Eins haben wir. Vier nehmen wir erstmal, oder? Okay. Nehmen wir vier. So, seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Easy. Da hätten wir doch fünf nehmen können oder sechs oder sieben oder acht. Oh, das ganze Bündel. Nein. Nein, so. Scandi haben wir. Jetzt sind wir die flat. Eins, zwei, drei, vier. Und. Oh, da musst du aber ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Hier muss ich ein bisschen mehr kämpfen, ja. Staunig, aber durch. Wir testen jetzt das Olivgrüne aus dem Baukasten. Schön hinten ansetzen, dass wir schön Kraft aufwenden können und. Aha. Hast du gesehen, oder? Ja, da musst du so ein bisschen viel Kraft. Da muss ich ganz schön viel kämpfen jetzt, ja. Nichtsdestotrotz sind wir durchgekommen. Und auch ein sauberer Schnitt, ne? Ist ein sauberer Schnitt geworden, ja, würde ich sagen. Just for fun. Nochmal das Orangen, ne? Aus dem Baukasten. Okay, drei, zwei, eins und. Ja, sauber, aber auch wieder mit Kraft, ne? Ja, ein bisschen, ja, so wie bei dem, wie bei dem Olivgrün jetzt eben. Okay. Ja, kleines Zwischenfazit zu diesem Schnitttest. Werd am besten abgeschnitten. Lustig. Für mich Platz eins, die, das W Scandi. Dicht gefolgt vom W Flat. Da muss ich einen Ticken mehr Kraft aufwenden. Auf Platz drei sehe ich jetzt hier, ja, das W-Modell aus dem Baukasten. Da muss ich wirklich noch einen Ticken mehr Kraft aufwenden. Nichtsdestotrotz haben sich alle dabei gut geschlagen. Aber, wie gesagt, mir hat jetzt hier das W Scandi am besten gemacht. Wir starten schon gleich mit dem nächsten Test. Und zwar werde ich mit allen Messern einmal ein Stück Holz betonen. Allerdings werde ich von dem Baukastensystem nur ein Messer nehmen. Im Endeffekt sind es ja dieselben Klingen. Ich starte direkt mit dem W Scandi. Mal schauen, wie schnell das Stück Ast durch ist. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Wie schon erwähnt, sind alle Messer Full Tank. Sauber. Ich nehme jetzt aber nicht denselben. Ich nehme jetzt einfach den nächsten Block. Basti, welche Klinge soll ich nehmen? Nehme mal die Flat jetzt am besten, würde ich sagen. Was ist mit meiner Stimme auf einmal los, ey? Kommt das heißer auf einmal. Mal schauen mit dem Flat. Ja, das ist die Klingel nicht ganz so breit, ne? Ja. So, muss ich ein bisschen nachhelfen noch. Ja, also ich fand jetzt mit der Flat war es ein bisschen schwerer, aber es geht auch. Machen wir gleich weiter mit dem Baukastel. Boah, das ging jetzt schnell. Easy. Also ich muss sagen, mit dem ging es am schnellsten. Krass. Wow. Nicht schlecht. Erst meine Stimme los. Also bei dem Test, ganz klar, die Klingel vom Baukasten. Ja. Richtig top. Also ich habe es auch gemerkt, wie es so richtig rein wollte in das Holz, ne? Ja. Und ich habe ja genau dasselbe Holz genommen. Das ist alles ein Ast, ne? Ja. Und Baukasten hat sich hier am besten geschlagen. Oh ja. So, Diana hat sich schon mal Holz betont. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich würde sagen, wir machen es jetzt so, dass Diana kommentiert und ich mache jetzt einfach vor der Kamera. Genau, so machen wir das. Basti ist komplett heiser. Der ist für heute erstmal raus. So, also Feuerholz haben wir schon betont. Als nächstes testen wir, ob die Messerrücken scharf genug sind, um damit einen Feuerstall zu entzünden. So, Basti beginnt jetzt mit der W-Scan-Di-Klinge und testet, ob der Rücken scharf genug ist, um damit einen Funken zu entzünden, um ein Feuer zu machen. Und die Methode funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Würde ich sagen, nehmen wir gleich das nächste Messer. Basti testet jetzt das W-Flex. Funktioniert wunderbar. Hier ist der Rücken von der Klinge auch perfekt. Passt. Perfekt. Funktioniert genauso wie alle anderen auch. Unser Fazit. Mit allen Messern kann man perfekt ein Feuer entzünden mit einem Feuerstall. So viel Feuer ist gesorgt. Basti und ich haben Hunger, aber wie man es halt so kennt, haben wir den Dosenöffner vergessen, aber wir haben ja die Messer dabei. Jetzt probieren wir, ob die Messer scharf genug sind, um eine Dose zu öffnen. Ich glaube, das ist eine richtige Todwinde für Klinge. Aber wir wollen die ja hier auf Herz und Nieren testen. Aber mit dem ist dann die 15 jetzt ganz gut, ne? Ja. Die massive Klinge, die geht da einfach durch. Ohne, dass alles ausläuft. Ja, aber es funktioniert. Als nächstes die W-Flat. Genau. Die hat ja eine schön schmale Klinge. Ich würde sogar fest behaupten, dass es mit der einfacher geht. Mal gucken. Hey, du hast recht. Ja, das krieg ich mir schon. Geht einfacher mit der? Ja. Auf jeden Fall. Oh, Todsünde. Die arme Klinge halt. Hey. Okay, ich würde sagen, vielleicht das nächste Messer vom Baukasten-System. Ich würde sagen, wir testen trotzdem beide, dass wir zu Hause genug Messer schleifen können. Ich glaube, mit der geht es auch nicht ganz so einfach, weil sie halt sehr wuchtig ist, ne? Ja, sie geht mit dem Flett-Fässer. Ja, dann rauche ich einfach nochmal. Naja, ist dasselbe, ist klar. Ich fühle mich heute ein bisschen wie so ein Fußball-Kommentator. Ja, weil Basti kann nicht sprechen, also muss ich sprechen. Und ich kommentiere einfach alles, was er macht. W-Flat ging ja wohl am besten. Ja. Dann würde ich sagen, in dem Test hat ganz klar die W-Flat gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, in dem Test hat ganz klar die W-Flat gewonnen. Gut, kommen wir also zum Fazit. Jedes Messer hat seinen eigenen Zweck. Ja, was uns aufgefallen ist, dass W-Skandi und W-Baukasten, die haben ja alle einen Skandi-Schliff, die sind halt eher so für wuchtigere Sachen, wie ein Holzstück durchhacken. Dahingegen ist zum Beispiel das W-Flat, das hast du oben, ne? Ja, genau. Genau, das ist halt zum Schnitzen wieder besser. Oder um eine Dose zu öffnen, ist das besser. Jedes Messer hat seinen Einsatzort, ne? So, wo wir dann auch sagen, das ist dafür gut, das ist dafür gut. Ich glaube, wir würden einfach beide mitnehmen. Da wir eh zu zweit unterwegs sind, hat der eine das, der andere das dabei. Bei uns passt das sehr gut. Was wollten wir noch sagen? Genau, die taktischen Scheiden. Die taktischen Scheiden finden wir sehr gut. Erstmal dachten wir, dass die Schlaufe ja viel zu kurz ist. Es geht eigentlich, wenn man eine normale Jacke anhat. Wenn man eine Jacke anhat, die ein bisschen länger ist, wie zum Beispiel auch bei mir, aber dann stört, glaube ich, jedes Holz da. Könnte es ein bisschen störend sein, aber so schlimm ist es nicht, wie wir es gedacht haben. Was wir noch sehr gut finden, ist, dass man die taktischen Scheiden so umbauen kann, dass es für Rechtshänder und für Linkshänder geeignet ist. Und der Druckpunkt, um das Messer rauszuholen, das ist einfach perfekt. Das ist zum Beispiel beim Ambulo, da habe ich Schwierigkeiten, das mit dem Daumen rauszudrücken. Bei dem sind die Kanten so gut abgerundet, dass es selbst Kinder leicht rauskriegen würden. Kinder haben uns auch, ich kann nicht reden. Ja, Basti kann nicht reden. Deswegen rede ich jetzt einfach die ganze Zeit. Was uns auf jeden Fall fehlt bei den taktischen Scheiden, ist ein Drainageloch. Das haben wir hier nicht gefunden. Und die Auswirkungen darauf sieht man ja auch erst in einem Langzeit-Test, wie die klingen dann, wenn sie mal wirklich feucht sind und eingesteckt werden, wie sie dann aussehen. Also wir sind gespannt, ob es jetzt mal gar nicht so schlimm ist, ob ein Drainageloch da ist oder nicht. Aber wir kennen es eigentlich vom Wolfgangs, dass immer eins unten ist. Basti, es hat doch ein Drainageloch. Es ist uns gar nicht aufgefallen. Es ist ganz klein. Tatsache. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Ja. Wir haben es übersehen, sorry. Also Preis-Leistung müssen wir ganz ehrlich sagen. Von uns ist kein Messer bekannt mit einer Folding-Klänge, mit einer taktischen Scheide für unter 40 Euro. Und da kann man echt sagen, da hat man wirklich richtig gutes Messer. Ja, für wen sind die Messer überhaupt geeignet? Sowohl für Einsteiger oder man hat das ganz einfach als Backup mit dabei. Falls dein anderes Messer kaputt geht, hast du hier auf jeden Fall einen sehr vertrauenswürdigen Begleiter dabei. Es war uns wie immer eine Freude, euch die Messer von Wolfgangs vorzustellen. Wenn ihr jetzt selbst Bock habt, euch eure zusammenzustellen, dann schaut doch mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Und mit dem Code VENTURE10 könnt ihr noch ganze 10% auf eure gesamte Bestellung sparen. Jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, welches der Messer euer Favorit ist. Hier kommt ihr noch zu den nächsten Videos von uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschau, ciao. Wir sind uns wieder, Basti und Tiana. Oh, heute zu finden und testen. Das ist so ein Witz, ich hab die Messer gerade in die Sonne gelegt.